Hallo, Mama. Hallo, Mama. Ich erlebe es nicht. Es wäre am schönsten, wenn du dann noch der Klammer stündest, weil ich brauche immer einen Bezug. Du hast doch so. Look at me. Ich bin schon mal. Jetzt können wir das eigentlich erhöhen, findest du nicht? Der kriegt ja mal Muskelkater. Jetzt kann er eh nicht mehr. Jetzt kann er eh nicht mehr. Was hält, wie lange er durch hält? Der hält schon lange durch. Ja, ja, ewig. Jetzt gehe ich schon hin. Jetzt gehe ich schon richtig rein. Hups. So viel Kraft hat er jetzt nicht mehr. Das dauert bei mir. Das geht jetzt bis morgen. Das ist nicht dein Wort, gell? Der macht doch ein Geräusch dazu. Ja, ja. Wie die Feder, ne? Der macht das jetzt mit dem Maul zusammen. Mit den Federn. Aber ist das Maul nicht auch? Awww. Awww. Und so nach vorne. Das kann keiner bei irgendeinem Konkank. Genau. Da kann ich Paris vergessen. Da muss ich immer ins Louvre zu gehen. Der kann es wirklich schöner. Okay. Oder Muna. Oh, ja. Oh, ja. Das sieht gut aus. Oder auch manche Dinge.